hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play tanky online ich sind in striker lps und ja am letzten mal beim letzten mal hatte ich ja seit langer zeit noch ja angefangen tanky online zu spielen tun auch update und wenn sie nicht dabei ganz auf platz zu machen kommen wird auch eine langzeit nicht mehr weil ich auch tatsächlich probleme hatte mal laptop hatte ich muss den ersetzen und du hörnig mir auch gedacht tatsächlich ausrüstung auch noch ein bisschen zu modifizieren also halten ein mikrofon alles auch damit ihr bestätigt von der qualität macht gerade ja mir sind am dingens am modus team das match die ladezeiten sind tatsächlich immer noch wie früher einfach nur schön aber geht tatsächlich also die zeiten waren tatsächlich mal schlimmer vor allem früher hat man halt noch nicht und damit er den timer gesehen hat oben rechts und ja so dann gucken wir mal ok tonastor hallo grüß dich servus ja vor mir doch nicht an der welt waren du ha sag mal sagt er dir oh fuck oh oh nein 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 ah 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 jetzt läuft ah ok ok das war das war um nix ja grafik wieder grafik 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 da ja wahl haha minigarn minigarn ja ok ok das ist ja so gut ihr wollt mich einer tun da bleiben nicht los dann bleiben die ohne teil ja schon mal rum kill zu landen warm hallo schwebepanzer na alles komm der muss doch gut im moment also wie tatsächlich kill support also ja 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 nicht gut nicht gut ich kenne halt gerade ganz schön flambert ja aber nicht schlimm gerade tatsächlich das tatsächlich mittlerweile gar nicht mal oh ja komm die kaputt flammenwerfer den anderen hatte ich aber sauber selbstmord ok ok dann halt nicht die seele doch an der runde das das hätte ich die beste runde hallo hallo der uh oh fuuug fuuug aua aua das war dann nicht schön äh ok 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 hallo der au 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 nein zweimal minigun ach komm ach komm zweimal vulkan ja scheiße ungünstige konstellation oh äh feier ja den feier wird yo oh man ja drei flammenwerfer das das ist nicht schön ah ja kann man nicht aua aua lost that off ja steckung sauber so vitalina grüß gott oh fuck da war was da war alt das ja hm ja ja die runden die die haben wir verlor ja war 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 nicht so schön naja ich finde aber nicht ganz schlecht also ja hm ach komm ja ähm super so weg er geht ich hab mich auf dem neuen rum gut gestalt oder dem mittig mir oder bin ja so ja wie gesagt tanky online will nicht mehr so viel einfach kritikpunkte hatte ich an dem am neue video halt gesagt wenn der video raus kennt er lange der bossen da konnte ich da gucken wofür ich kein tanky online mehr spielen ähm hat hat singen gründen unter anderem auch dass viele battles also viel gefechte nicht mehr wirklich balanciert sind sondern man hat dann teilweise ring die oder man kennt dann zum beispiel ein team death match wo man dann irgendwie alles nimmt war leutnant oder so wo man dann einfach keinen richtigen anschluss hat wo man dann auch direkt merkt ja scheiße wofür spielst du das noch du kannst das eh nicht du kannst doch nicht gewonnen da fand nicht einfach fand nicht so toll aber die analis plays die kommen tatsächlich also lego sauer die skywalker saga zum beispiel kennt das kennt aber dann alles ob hudet stank online aus bislang nicht ähnlich let's play wo ich wirklich auch vier platt wo ich mir auch denken kaum ne kraft aber nein holi holi was hält denn aus was hält denn aus kill aber noch nicht gestorben aua aua so viel zum thema kill aber auch noch nicht gestorben ähm ja ich korrigiere null kill ein tot servus grüß dich ja so aber nicht oh der hat ein atom oh god eine wolke boom boom ich will doch selber mal kill krein mensch ah ich muss die easy da ausschalten ja 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 ich hab verstanden ich hab verstanden boom aua ja oh god oh god ah das ist so ein gefecht gut äh eigene unfähigkeit ja wahrscheinlich ich mein das mittlerweile auch ein bisschen verändert gern das die äh das anbalanciert äh äh das an das ein schaft ja geh mir doch aus dem schussfeld boom scharfschützen unerwünscht servus atmk au 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 ja gut gut weiter äh hitze schon hitze ist nicht meins nein 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 überhitzung ist nicht mein ist nicht ah come on come on ich will oh ich meine den heute kill kriegt ist ja nicht ja komm ja komm ah warte mal ich guck mal grad wo wir wollen monotov okay 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 ja ihr mögt mich nicht ihr mögt mich nicht ihr mögt mich nicht hm hm nicht so toll aber wir sind anführung also von daher ja bisschen getrunnig aber auch hat für das team geleistet aber ich kenne halt gerade so ausmage ich habe das spiel aber auch halt ähm ja ewig nicht mehr gespielt ne 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 schafft es nicht mein oh die schafft die versucht aber ne ob ich nein nein ja nein danke obwohl doch am nahkampf kann ich sehen obwohl am nahkampf grad nämlich aber sauber sauber oah ja also wie gesagt das das witzig ich dachte warum mein Maps grad wo man selber noch nicht so denkt wo und ja oah aua scheiße ouch da waren wir und da war uns schön schmerzhaft na schön servus iva ich denke mal nämlich die wand boom okay wow flammen flammen wer verflammen ja okay das war hitzeschaden unschön 50 50 chance aua ja hol dir die münzen boom ah what the fuck was mich denn au au ich guck mich ah oh man ich habe auch immer vier bei den play parr scheiße scheiße ne werde ich nicht bleiben au au den ach so ja der war direkt über mir ja okay aua panzer durchbrochen aua boom nein nein kälte das war mir zu kalt ich meine ich bin zwar wandte gewohnt so war es nicht aber das war mir weil er war ein Stück zu kalt ich hoffe nicht und und jawoll ja ja so schön war weil auch nicht vierte vierte platz war nicht so schlecht ja Musik ja ich gebe das Wort dann auch schon wieder mit dem Leibhardt wann ich das Video genauso viel Spaß gemacht hat wie mir Spaß gemacht hat darum zu spielen dann geht dem Video doch gerne einen Daumen nach oben gebt mich auch freuen wenn ihr meinen Kanal abonnieren gebt schreibt mir doch auch Feedback an Kommentare ob soll ich die Videos wieder platt machen ja oder nee und dann sehen wir jetzt das nächste Mal wenn ich willkommen zurück zu Let's Play Tanki Online oder eben von dem anderen Let's Plays bis zum nächsten Mal in wunderbarer Zeit und Tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal